Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist Dienstag, es ist 10 von 9 und ja, ich habe mal wieder Lust, ein bisschen auf die Jagd zu gehen. Sander, Call of Wild und die Afrika-Karte, fangen wir zumindest mal heute an. Jetzt muss ich nur kurz gucken, was ich da für ein Zeug habe. Nicht, dass ich da jetzt was durcheinander schmeiße. Genau, wir hatten ja am Sonntag noch in Hirschfelden ein paar Hirsche gejagt und dann wollten wir mit den Wisenden die Pistole testen und festgestellt, ich glaube es wird nicht meine Lieblingswaffe. Wir werden sehen. Afrikas sind wir. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Halb sieben. Genau, hier war die Queststelle, wo wir hinwollen. Das haben wir noch nicht entdeckt. Dann gehen wir erst mal da hin. Entschuldigung. Und dann gucken wir mal, wie immer, was uns so vor die Flinde kommt oder auch nicht. So nebenbei noch ein Stück der Karte aufdecken wieder. Ein Schweinchen. Ja, in dem Gebiet waren ja viele Schweine, das haben wir jetzt selbst schon festgestellt, die freundlicherweise alle auf der Flucht sind und uns nicht angreifen wollten. Entschuldigung, ich habe ein bisschen in den Hals noch nicht ganz freig, was handelt. Es ist auf jeden Fall schön sonnig draußen wieder. Wie jetzt hier. Das sind doch bestimmt Wildschwein spuren. Ja, heiß soll es ja wieder werden. 27, 28 Grad. Es war gestern schon unglaublich warm. Ich war ja gestern unterwegs, ihr wisst. Und während ich dann auf dem Rückweg aufs Taxi gewartet habe, habe ich draußen gesessen. Ich dachte echt, ich verbrenne, bis das Taxi kommt. Das waren nur ein paar Minuten. Es war so warm. Meine Haut ist jetzt nicht unbedingt mehr Sonne gewöhnt. Wir gucken, was uns da vorne erwartet. Wir gucken, was uns da vorne erwartet. Na und? Jetzt bräuchte ich wieder durch die Gegend zu streifen, wieder was Neues entdecken, erkunden, erschnüffeln. Jetzt sah nur nicht, dass es auf der anderen Seite vom Berg ist. Einer, der ich... Wie ich das liebe. Nein, 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 nein. Und schnüffelt Wild. Jetzt aber anscheinend nichts. Wir sind hier am Fluss oder so, wo ich sehe keine Quizze. Wir müssen nur drumherum von diesem Hügel, weil ich komme da so nicht hoch. Ich finde es immer spannend, dass die da nicht hochkrabbeln kann. Wir sind hier am Fluss oder so. Wir sind hier im Großen und so. Wieso ist das immer lauter wie während dem Testdinger? Verstehe ich nicht. Was haben wir denn hier gefunden? Jididas Wall. Jididas Wall ist eine 30 Meter hohe Basaltklippe und immer beliebt bei Gästen für Fotos. Die fragen dann immer, ob jemand den Wall gebaut hat, aber der ist auf einem natürlichen Weg entstanden. Früher war dahinter mal ein See. Wenn es dann geregnet hat und der über die Ufer getreten ist, wurde eine Mineralablagerung und den Fluss heruntergespült. Darunter Quarz, Achat und Diamanten. Von den Diamanten hören Gästen immer gerne. Ich finde das außerdem ein hübsches Plätzchen für ein Picknick. Oder vielleicht habe ich auch einfach beim Schreiben gerade Hunger. Dem Rücken geht es heute einigermaßen. Das ist schön. Das ist schön. Oh. Also das war mal alles im See. Unglaublich. Also das war mal alles. Vielen Dank. Vielen Dank. Totenstimmen, alle schlafen noch, also Tierchen, morgens um sieben, alle schläft. Der See ist ungeachtet. Nicht mal ein Entchen. 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 Und wenn das alles mal ein See gewesen sein soll, Wahnsinn. Ist nicht mehr viel davon übrig. Das da hinten sieht aus wie ein Haus, wenn man so guckt. Als wenn da ein Lagerhaus oder was steht. Wie ich verlasse das Gebiet. Da vorne ist doch mein Quest. Mein Questbereich. Und er hat uns weggespawnt. Ich laufe doch zum Questgebiet hin. Jetzt hat er mich veräppelt, oder? Oder es wird hier wieder was angezeigt, was gar nicht auf der Karte war. Die ganzen Seen, die mir jetzt gerade gelaufen sind, hat er ja auch nicht angezeigt. Offensichtlich, ja, auf jeden Fall hat er uns hier rausgeschmissen, dass wir das Gebiet verlassen hätten. Weil die Karte wieder nicht mit dem übereinstimmt, was wir tatsächlich gesehen haben. Ah, ich liebe es. Dann gehen wir jetzt da hin. Das ist nicht das erste Mal. Also die Afrika-Karte ist nicht wirklich mit der tatsächlich vorhandenen, sichtbaren Natur übereinstimmend. Das macht es manchmal ein bisschen schwer, sich zu orientieren. Man läuft zu Seen, die dann gar nicht da sind. Man steht an Seen, die nicht eingezeichnet sind. Lauter solche Spielereien, das macht Laune. Flüsse, die nicht da sind. Und es regnet. Es gibt noch keinen Schweinebraten. Es gibt noch keinen Schweinebraten. Und es gibt noch keinen Schweinebraten. Ein Kudu? Wie dürften das auch Kudu-Spuren sein? Nee? Wildschwein. In dem Gestrüpp sehe ich sowieso nichts. Wäre natürlich unpraktisch, wenn plötzlich ein Büffel vor uns steht. Gut. Die Begegnungen kennen wir schon, sie sind meistens tödlich. Gut. Jede Menge Kotspuren. Und Schweinchen Spuren. Aber es ist auch viel Wasser in der Nähe und die Watzenschweine mögen ja auch Wasser. Und das ist endlich mal eine Pudospur. Und eine Hasipressstelle. Na dann. Irgendwie offene Fläche und durch das hügliche Gelände trotzdem nicht wirklich gut ersichtlich, was es hier geben könnte. Kudos. Da vorne laufen Kudos. Diese hübschen kleinen Gazellen. Oh, knapp 200 Meter Entfernung ist ein bisschen weit. Und hier ist irgendwo ein Wasserbüffel. Moinzeln. Ja, die Pistole ist eine Notverteidigung gegen die Büffel. Angeblich zumindest. Ich habe noch nicht so wirklich... Wir haben es ja am Sonntag mit den Wiesenden versucht. Das war ein absoluter Fehlschlag. Da bin ich mit dem normalen Gewehr besser drin. Ja, schick aussehen tut sie. Das ist wohl wahr. Schick aussehen tut sie. Da vorne ist ein Büffel. Seht ihr das braun, ne? Das ist ein Büffel. Aber zu weit weg, weil die Pistole hat nur 50 Meter. Ja, eigentlich hat die tatsächlich die Kugeln, die ich brauche, um ein Büffel zu töten. Also verwertungsgerecht, wie die das auch immer nennen. Aber du musst halt sehr nah sein und die Kugeln sind nicht besonders gut. Aber die besseren Kugeln habe ich noch nicht freigeschaltet, dummerweise. Weil ich bis jetzt kaum was mit einer Pistole gemacht habe. Ich benutze ja immer das Gewehr. Wenn ich kann mit dem auch, das ist ab Klasse 4, ich kann mit dem auch eine Gazelle schießen, wenn ich nah genug rankomme. Hasenspuren. Ja, jedenfalls sind die Büffel in der Regel tödlich. Und guck mal, wir haben Regen nach Afrika gebracht. Wäsche aufhängen, na geil. Wäsche aufhängen, na geil. Wäsche aufhängen, na geil. Und es gewittert ja, wie geil. Wir bringen Wasser nach Afrika. Wäsche aufhängen, na geil. Wäsche aufhängen, na geil. Und jetzt. Boah, wie sich das anhört. Da vorne sind die Büffel, mindestens zwei. Ein Weibchen, das andere kriege ich nicht in den Blick, könnte ein Büffel sein. Und da ist noch einer, auch ein Weibchen. Das Dumme ist nur, wir müssen auch in die Richtung, weil da ist unser Ding, das wir entdecken wollen. Also es gibt ziemlich viele von diesen braunen Büffeln, die haben wir jetzt schon ziemlich oft gesehen. Ich kann ja auch in der Straße ein Stück entlang laufen. Nee, kann ich nicht. Nicht, wenn ich das angucken will. Wenn ich noch zwei Level hochgestiegen bin, dann kann ich skillen, dass ich auch bei Regen schlechter gesehen werde. Und bei dem Wind nützt mir dann nichts gesehen. eh nichts mehr, weil mein Wind trägt meinen Duft wunderbar vor die entsprechenden Nasen, was mir dann auch nicht viel bringt. Wir müssen aufpassen, wie gesagt, vor uns sind die Büffel. Und wir müssen dummerweise in dieselbe Richtung, nämlich über den Berg. das regnet wie ist denn bei euch so das wetter habt ihr auch sonne oder gut warm oder eher kudos klingen ein bisschen wie eine ente es hilft dir alles nichts m m m m m m Was ist das Hund? Ja, wo die uns hier immer alles hinschicken, nur damit wir irgendetwas erforscht kriegen, vor allem in die Pampa rein. Ja, wo die Pampa rein. Ja, wenn wir dann auch hochkommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Was ist denn Hund? Wenn ich hochkomme, kommst du auch hoch. Komm schon. Das letzte Stück müssen wir jetzt auch hochkennen. Schande. Runter wird es ja dann wieder leichter. Ganz oben auf dem Berg. Vielleicht guckt euch das an, wie die uns durch die Gegend hetzen. Zongomas und Inyangas haben viele Namen in Afrika. Aber bei den meisten Stämmen versteht man unter den Begriffen heilen den Geist und helfen uns mit den Urahnen und uns selbst zu kommunizieren. Inyangas heilen den Körper mit Kräutern und anderen Heilmitteln gegen Leiden. Ich freue mich, dass unsere jungen Leute wieder zu den Traditionen zurückkehren. Eine Behandlung bei Sangamos und Inyangas ist nicht teuer mit viel Schnickschnack, aber es wirkt eben. Nicht, dass ich das jetzt wirklich verstanden habe. Also wenn du krank bist, muss ich erst mal gucken, wie du da hochgekrabbelt bekommst, um dich dann zu heilen oder wie. Das stelle ich mir schwierig vor. Hausarbeitsbüfel erledigt. Ja, wie gesagt, das ist wohl ein besonders heilsamer Berg oder so. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir ganz da hinten hinkommen. Zweieinhalb Kilometer. Was hätten wir denn noch? Das hier kennen wir noch nicht. Jetzt müssen wir erst mal den Berg wieder runter kraxeln. Ja, so ungefähr. Ja, vor allen Dingen, ich stelle mir das so vor, du bist krank wie sonst. Was musst du erst mal hochkraxeln, damit dann was auch immer dir da oben helfen kann. Ich weiß nicht. Aber ja, ich meine, andere Völker, andere Traditionen oder wie war das? Wenn du da nicht mehr hochkommst, ist sowieso alles zu spät oder so ähnlich. Ich sag' ich doch, wenn das nicht mehr scharf stand, war es eh zu spät. Da schlafen Kudos. Aber zu weit weg. Wir wollen in die Richtung. Aber ich meine, prinzipiell finde ich schon ganz nett. Man erfährt so ein bisschen was über die afrikanische Kultur. Und wenn man nicht immer viel damit anfangen kann. Aber weil das halt nur so Bruchstücke sind, wo der ganze Zusammenhang teilweise noch fehlt. Trotzdem finde ich es irgendwie spannend. Das ist ein Schweinchen. Noch ein Schweinchen. Geniale Geister denken eben ähnlich. Ja. Die haben wir gerade gesehen. Die Ollen Wurzen. Ich brauche mal einen Schluck Wasser. Ich mag dieses Gras nicht so. Ich meine, das ist so undurchsichtig. Dann könnte auf der anderen Seite ein Büffel stehen. Und dann stehst du plötzlich auch in so einem Wasserbüffel gegenüber. Und dann wer erholt sich zuerst vom Schreck? Hast du schon einen Termin bekommen? Von deinem Dock? Da habe ich gerade ganz viele schwarze Punkte gesehen. Da sind sie. Da sind sie. Die scheinen da zu essen. Da sind sie. 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 Da ist mal wieder eine Jagdstation. Die wir aber alles noch nicht aufbauen. Irgendwann müssen wir das mal machen. Ich glaube es gibt auch nochmal Punkte. Aber im Moment ist mir das Geld zu viel. Doppeln machen. Aber im Moment ist das Geld zu bringen. Das Geld zu verdienen. Oh wow. Da rennen die voll an mir vorbei. Wie der jetzt kurz geht? Habt ihr gesehen, wie er gezögert hat? Soll ich angreifen? Soll ich nicht angreifen? Ich kann mit der Pistole nicht richtig zielen. Und der Hund hat nicht angeschlagen. Jetzt Milfasche. Ja, super. Jetzt sind die blöden Viecher im Gestrüpp, wo ich sie nicht sehe. Du dusstlicher Hund. Nur hätte ich das melden müssen, wie sie gekommen sind. So ein 100 Kilo schweres Schweinchen wäre doch schon mal ein guter Anfang für den Topf. Ich weiß nicht, ob die kriegen wir nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ihr habt Glück. In dem Gestrüpp finde ich euch eh nicht. Da fehlt mir heute morgen irgendwie noch die Geduld. 400 Meter Entfernung tut mich ein Häschen klopfen. Ja, super. Mein Hasi-Gewehr geht höchstens 100 Meter. 50 bis 70 Meter hört sich schon anders an. Aber wir sehen das hier nicht. Das ist in dem hohen Gras drin. Keine Chance. Ja, in dem hohen Gras finden wir das auch nicht. Das wäre zwar von der Entfernung gut. Gut. Ach Schnecke. Hier. Da ist ein Fressplatz. Seht ihr? Da ist ein Fressplatz in dem Gestrüpp. Es war nur ein einzelnes Häschen. Was geht ab? Ein einsames Häschen. Ja. Hm. Vielen Dank. Wenn jetzt unterwegs was schief geht, müssen wir wieder ewig weit laufen, weil wir keine Dingshütte haben unterwegs bis jetzt, wir haben noch keine gefunden, die näher ist, Schlaffütte. Mit so weitem Ausblick und sieht irgendwie doch nichts. Schlimm. Knus? Knus hätten wir noch nicht. Knus. 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 Hallo Terror! Ne, wie geht's dir? Streifens-Schakal. Der Schakal war eins der ersten Tiere, die wir hier in Afrika geschossen haben. Neben den Springböckchen. Da ist wieder ein Baumgürtel, der uns das Leben schwärmen kann. Was denn? Ne, Terror? Wie geht's dir? Keine Antwort? Keine Antwort? Ja, bei uns war es gestern schon sehr warm. Ich war gestern kurz draußen. Es war echt übelst warm. Butterschicken ist voll lecker. Also ich kenne die indische Variante davon. Finde ich sehr lecker. Ich hangel mich zum Krankenhaustermin durch und dann, ja. Du hast noch keinen Termin, okay? Okay. Zumindest ist der Regen hier vorbei. Jetzt guckt euch das mal an. So eine große weite Strecken und wir sehen keine Tiere. Aber gut, wir müssen eh noch die Karte ein Stück aufdecken, Gebiet entdecken, erkunden, die Questen machen. Hilft uns ja auch. Oh, es ist spannend, wie leer die Karte sein kann. Lisa, wir denken ja immer Afrika Millionen von Tieren, aber halt nicht überall anscheinend. Also, wir sehen uns ja. Ach, da ist wieder das Kras. Knack, 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 knack. Genau, viel Panorama, nichts Trampel. Vor allen Dingen erstaunlich grün. Ja, guck mal, da ist eine Ente. Da ist eine Ente. Ist aber noch zu weit, ne? Wir müssen auf unter 100 Meter ran. Das wird lustig. Hat nur ein Kino, das Ente, höchstens. Aber es ist schon mal ein Snack. Zusammen mit Nudeln und Reis kriegen wir da auch mehrere Leute satt. Na, müsste Hand schon bald. So, was probieren? So, was probieren? Untertitelung des ZDF, 2020 Wie sie das Würzelchen hochstreckt, in dem Moment, wo ich... Die werden nicht fetter. Diese Entensorte wird nicht fetter. Treffe ich nicht. Die werden tatsächlich nicht schwerer. So, habe ich extra nachgeguckt. Schade. Ich sehe ihn gar nicht. Schade. Unser erster Sichtkontakt mit den Entchen hat uns aber keinen Braten beschert. Gut. Ich hätte es von weiter weg riskieren müssen. Da kommt wohl nichts. Was ist? Wir hätten hier nichts getroffen. Schade. Ich wäre neugierig gewesen aufs Entchen. Schade. Ich nehme. Schade. 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 Gehen die vielleicht wieder essen? Sollen wir es noch mal gucken gehen? Vielleicht gehen sie noch mal essen. Außerdem ist hier eine Trinkstelle eindeutig von Spießböcken. Was meint ihr, gehen die wieder ins Wasser? Man hört es aber, man sieht sie nicht. Termin ist eingetrudelt. Und wann? 6 Uhr morgens, das ist mies. Das ist echt mies. Der Hund zeigt was an. Ja. 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 Nein. Nein. Vielleicht kommen sie noch. Ja. 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 Was denn? Ja. 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 Ich seh nix. Lul. Es ist schon hart. Also für so eine Uhrzeit finde ich schon krass. Welcher Arzt ist bitte morgens um 6 Uhr schon da? Okay. Ja, ich denke, da ist jetzt nix. Wann musst du denn jetzt hin? Ich bin jetzt becker. Was denn? Ja, guck mal, Hund! Der Turm könnte gar nicht mehr so schlecht hier stehen. Was habe ich denn an Geld? Den gönne ich mir. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Vielleicht nicht gerade mit dem, aber für die Spießböcke dürfte der Platz gar nicht mehr so schlecht sein. Schaut mal. Die Windrichtung ist auch okay. Also für Spießböcke zu schießen, könnte das funktionieren. Wenn die Enten hier vorne sind, könnte man die auch probieren. Spannend. Du kannst aber auch nur die eine Richtung schießen, alles andere ist verhangen. Okay. Ach du Schande, morgen gleich. Okay. Ja, dann. Viel Glück oder so. Ich erwarte Berichterstattung. Äh, morgen? Dann bist du ja dann morgen gar nicht da zum Streamen. Hehehe. Also bin ich morgen früh alleine? Keine. Kein, kein Dings streamen morgen. Weil bis um 10 bist du ja mit Sicherheit nicht zurück. Oder so. Gut. Fällt mir nur gerade so auf, morgen ist ja Mittwoch. Ein Guti, da muss ich mal überlegen, was ich morgen anstelle. Ja, klar. Ja, sieh mal dann. Wie sieh mal dann. Mein Arzttermin geht halt vor. Ich habe meinen ja am Donnerstag wieder. Da weiß ich ja dann auch nicht, wie es mir danach ist. Der ist ja noch am Basteln. Ich gucke Six erst wieder, ja beim nächsten Stream oder so. Ich war zwar gestern kurz Trott und ich war auch wieder bei Futureman zusammen gekocht. Er baut nur um. Beide bauen nur wieder um. Ja ne, wir haben nur als Gäste noch mal zusammen gekocht und so. Der baut sich jetzt die neue Festung von den Sachen, die er bei Sabi sich zusammen klaut. Ja. 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 Wir müssten ja eigentlich eine Bürgerwehr aufstellen, Sabis Haus gegen Six zu verteidigen. Insofern. Ja. 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 mit salzstangen ja du kennst doch bestimmt auch noch die stixi fabrik oder sein du kennst die doch noch ganz viele schweine das sind kudos also als zu meiner näherzeit gab es im bus unter anderem ich glaube das war ein bus in standort wo stixi gab ich bin mir genau sicher ob das wirklich bus war schossi fecht im bus das war immer toll das war immer zum geburtstag von der oma tic tac stixi wurde mit x geschrieben sti x i das waren also ich bin ich bin damit aufgewachsen wenn die rede von salzstangen waren war immer von stixi die rede zonga is a mix of swampland and dry riverbeds drought has made the swamps muckier and with the river running dry a large herd of wildebeest have crossed into the hunger unobstructed wildebeest herds are usually transient but right now we have too many wildebeest for the region to sustainably feed breeding season is incoming they're not migrating quickly enough even though they are running out of food as the herd slowly starves it will become volatile and the risks of mass stampede increase not good boss the danger of stampede makes hunting these wildebeest especially high risk mm-hmm and what do we do in high risk situations we make preparations start by spotting a few wildebeest bulls or cows it doesn't matter what matters is noting where they spend time accustom yourself to their behaviors ja genau stixi genau so geschrieben da stand auch so mal auf den packungen drauf ach das sandbett ist dann praktisch der ursprüngliche fluss wo nur noch ein paar wasserlöcher da sind ich habe aber auch ein talent ich hatte eben wieder die wahl erst dahin oder dahin da ist jetzt der außenposten immer da wo ich nicht hingehe ist der außenposten den müssen wir aber wieder ablaufen und damit man wieder falls uns was passiert nicht so ewig zurück rennen müssen problem erledigt du bist ja gemein ja so eine ausgehungerte herde selbst von gras fressern kann ziemlich unangenehm werden ich fürchte ich künftig und dann noch hunger das ist eine saublöde mischung okay 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 das sieht alles so schön grün hier aus es regnet dauernd und der redet uns die ganze zeit dass wir eine schwere dürre haben ich habe nicht gegeben ich habe nur luft geholt ganz tief und Na, was jagst du heute? Wieder bis uns. Auch eigentlich heute ganz okay. Immer noch Kopfweh, aber das ist wahrscheinlich eine Nebenwirkung von den Medikamenten. Aber die Pumpe hat sich wieder ein bisschen beruhigt, nachdem es Sonntagabend und Gästen mir nicht so gut ging. Im Moment noch nichts, okay. Da kommen wir nicht hoch, dann laufen wir doch lieber den Umweg über die Straße. Und ich will zu dem Außenposten, weil wenn uns irgendwas killt, müssen wir sonst über zwei Kilometer nochmal neu laufen. Ich bin eigentlich froh, dass wir die Strecke schon haben. Nee, wir hatten es ja am Sonntag probiert mit den Wiesenden. Das war ja ein absoluter Fehlschlag. Weil die Kugeln sind nicht stark genug, für da durchzukommen. Und ich fürchte, dass ein Büffel auch nicht runter geht. Mit den Kugeln, die ich zur Verfügung habe, also nicht die, die mit der richtigen Durchschlagskraft, die habe ich nicht freigeschaltet. Und die anderen, die sind zu schwach, so wie es aussieht. Die taugen gar nichts. Mit eurem Sprü... Äh... ...Splittung oder was diese Kugeln haben, das taucht gar nichts bei den großen Tieren. Die gehen nicht durch die Haut durch. Die waren am Sonntag vor den Wiesenden gestanden. Fast unmittelbar. Ich konnte darauf schießen, wie ich wollte. Die haben nicht mal eine Verletzung gekriegt. Die haben gar nichts abgekriegt. Außer, dass sie halt weggerannt sind. Ja, dann... Ciao, ciao, zählen. Schade und bis zum nächsten Mal. Autsch. Wodos, natürlich. Ja, ein bisschen darüber. Aber wir haben heute noch gar nichts geschossen. Ist irgendwie... ...heut wieder so ein Tag, ne? So. Mal hat man einen guten Tag, mal hat man einen schlechten Tag. Stopp. Stopp, da stimmt was nicht. Wir haben hier eine Abzweigung verpasst. Wir müssen da hin. Wir haben da eine Abzweigung verpasst. Wir sind auf einer Hauptstraße. Da müssen wir nicht hin. Dosis. Ich weiß es auch nicht. Wir müssen da hin. Warte. so im moment würde ich sagen dass ich mit der pistole nicht glücklich werden nur schauen hülschwein kreuzgebiet lalala so Vielen Dank. Vielen Dank. Die haben wir eben verpasst. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wenn wir den in den Außenposten haben, sind wir wieder ein bisschen geschützter. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, gleich sind wir da. Hoffentlich müssen wir halt jetzt in kleine Schleife laufen, damit wir diesen blöden Berg wohl nicht hochkommen. Sonst wäre es natürlich schneller, wäre eine Abkürzung. Mal den Hund loben, damit er in Stimmung bleibt. Gut. Nack, nack. Entchen haben wir zumindest schon mal zum Sehen gekriegt. Entschuldigung. Ach so. ein Brünftrei. Da fällt mir ein, wir hatten doch irgendwie so ein Schreidings für Afrika im Lager. Müssen wir uns nochmal angucken. Wenn wir gleich dran denken. Geh weg. Und wenn wir die New England Karte nochmal ein bisschen was machen, da haben wir ja noch dieses Waschbeardings gefunden. Wenn die uns das nächste Mal ärgern wollen, können wir zurückärgern. Nuck, nuck. Nuck, nuck. Nuck, nuck. Nuck, nuck. Ich habe nicht getroffen. ist das noch mehr ich würde sagen ich habe keinen getroffen der hund sagt sagt schon nichts an ich hab die nicht gesehen ich dachte das ist ein bildung das nur und was sie läuft hat die was gefunden ich komme ich komme ich anscheinend war doch getroffen ich komme hast du echt was gefunden tatsächlich war keine organe was nicht zwingend was zu sagen hat und wie die da hoch rennt ich komme da gar nicht so schnell hoch ich komme ich bin fassungslos ich habe echt getroffen bin ich mal gespannt ich kann doch gut schießen 15 also offensichtlich gut getroffen weil er blutet schnell aus er sie es ist mein hund liegt er da vorne schon hier guckt euch das an 055 der liegt da schon kein organ aber tödlich getroffen sehr schön feiner hund jetzt lass mich mal gucken ein mädchen ein springbok mit der falschen munition das ist ja nur ein dreier so wo haben wir dich wir haben den fuß kaputt geschossen aber auch so guck mal wir haben den hinterlauf die hufe zerfetzt deswegen ist der auch so schnell ausgeblutet wir haben den fuß kaputt geschossen armes viech okay ja hast du fein gemacht ich hasse dieses gewehr hast du gut gemacht Es war das falsche Gewehr für ein Springbok. Egal wie, wir hätten es getroffen. Und weil das wieder nicht geklappt hat, wollte ich nur den Hund loben. Und Moin Kaino, wie geht es dir? Zum miesen Mittagessen haben wir die Chance. Komm ich gut voran in Palja? Schön. Mensch, soll noch mal suchen lassen? Nee, noch eine Pferde findet sie nicht. Den zweiten habe ich nicht getroffen. Aber hey, immerhin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt einen getroffen habe. Ich hole mich. Das ist ein wenig zu tun. Genau. Hallo 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 Wir gehen Hallo So Gleich haben wir die Hüte erreicht Hallo Oje Armer Kater Wie alt ist denn, dass der so kaputte Zähne hat? Armes Viech Ja, machen wir die Toilette Ach du Schande Sind die nicht so praktisch? Ja, das würde ich so nicht sagen, man kann nicht gescheit essen ohne Zähne Wie alt ist das? 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 Wie alt Mai Okay Immer ein Kater, der hat sich auch vorne alle Zähne ausgefallen Aber das waren damals gott sei dank die Milchzähnchen Die sind ja dann nachgewachsen und dann war es wieder gut. Aber gegen seinen Instinkt kommst du dir ja nicht an, Miau. Du kannst ihm ja nicht erklären, du hast keine Zähne mehr, du kannst trotzdem essen. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie so Ängste mit hier sind. Ich weiß nicht. So ein Instinkt ist stark. Nämlich hätte da schon Sorgen. Aber natürlich kann man eine Hauskatze recht leicht ernähren, auch ohne Zähne. Äh, schlappern und gut ist. Verhungern tut er nicht, das ist klar. Aber erst mal ist ja wichtig, dass er seine Schmerzen los wird und kein Fieber mehr hat. Seht ihr, da wäre mir eben nicht hochgekommen. das Runterkrabbeln ist schon heikel. Ja, also Miau, du weißt, was Seo jetzt zum Frühstück will. Er hat es uns ja gerade gesagt, ne? Katzentrockenfutter mit Milch ist gut genug für ihn. Da sind wir wieder Büffel. Wenn wir hier sonst nichts sehen, aber Büffel. Guck mal, wie der da steht und wartet, dass wir da runterkommen, damit er angreifen kann. Es muss Miau. Freitag in acht Tagen ist der Krankenhauseingriff und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ob es funktioniert. Den Verschlimmerungsantrag für den Behindertenausweis habe ich jetzt auch endlich weggeschickt. Meine Vermieterin hat die Miete erhöht. Was will man mehr? Soviel zum Thema du liest im Discord mit. Ich kriege so Stromstöße ins Herz, um es zu zwingen, wieder richtig zu schlagen. Ich habe, ich glaube, das ist die zweite oder dritte Mieterhöhung in 20 Jahren. Also ich kann mich nicht beschweren, aber trotzdem es ist immer Miet-Spiegel anpassen, ist es. Im Schreiben steht Miet-Spiegel. Wie gesagt, die wollen versuchen, via Stromstöße das Herz in den richtigen Rhythmus wieder zu zwingen, weil ich habe schwere Herzrhythmusstörungen wieder mal, also Vorhofflimmern und ja, diverse andere Probleme. Hallo Future. Nee, den kriege ich noch nicht. Also, wenn sie es vermeiden können, kriege ich den noch nicht. Ich soll wohl eine Narkose kriegen, dann wird das Herz praktisch angehalten und via Stromstöße neu angestupst und dann wollen sie gucken, ob es am Paar vom Rhythmus bleibt. Den Defrillator kriege ich erst, wenn sonst nichts mehr funktioniert. Wie gesagt, den kriege ich erst, wenn sonst nichts funktioniert. Weil so ein Ding hebt ja auch nicht ewig und ich bin erst 50, weißt du, also ist nicht so optimal. Nee, ist es. Ich habe schon ein bisschen Schiss davor. Kein Schrittmacher. Die haben schon gesagt, also wenn ich ein Gerät kriegen muss, dann wird es ein Defrillator sein. Das haben sie schon vor fünf Jahren gesagt. Wegen dem Vorhof. Der Defrillator macht im Prinzip das, was sie jetzt im Großen machen will. Wenn das Herz anfängt zu spacken, tut der Defrillator via Stromschlöße das nochmal neu antakten. Oder wenn es stehen bleibt, kurz oder so, dann macht er nochmal so damit er richtig schlägt. So ungefähr habe ich das verstanden. Wir müssen aufpassen, Kinder, die Bullen. Sind nicht ohne. Wir werden gleich angegriffen. Seht ihr? Ich habe überhaupt keine Durchschlagkraft. Die beeindrucken den gar nicht. Ich glaube, ich habe den nicht einmal verletzt. wenn es glatt läuft einen Tag. Also den Tag muss es machen, dann soll ich am selben Tag nach Hause können. Wenn es glatt läuft. und wenn ich was soll ich sagen entweder länger oder ich komme gar nicht mehr oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Im Idealfall komme ich am selben Tag nach Hause. Ja, ich auch nicht. Die sagen, das ist ein ambulanter Eingriff. Kann ich mir nicht vorstellen, aber ja. Wir haben ihn auf jeden Fall vernetzt, das Mistvieh. Guck mal, der hat uns halb tot gemacht. Ja, ich komme ja. Was ist wie ein Stromschlag aus der Dose? danke schön. Ich habe echt ein bisschen Schiss davor, muss ich sagen. ich muss am Montag kriege ich die Voruntersuchungen gemacht, muss ich auch schon mal ins Krankenhaus und dann am Freitag wie gesagt wird der eigentliche Eingriff gemacht. Mir mir krauts fast mehr vor diesem flachen liegen, weil ich das letzte Mal fast dran erstickt bin. Da muss man so ganz ganz flach liegen. Zumindest war das beim letzten Herzeingriff so, da bin ich fast erstickt dran. Es war nicht lustig. Da habe ich fast mehr Angst davor wie alles andere. Der stirbt nicht, oder? 50 sich. Ich sehe meinen Hund nicht. Hund? Wo ist er denn? Dem ganzen Gestrüpp sehe ich den Hund nicht. Musst du mich da jetzt durchführen? Ja, dann schauen wir mal. Danach soll es mir angeblich vielleicht ein bisschen besser gehen. Mal schauen. Ich würde sagen, der blutet nicht mehr. Ja, der aufgehört dann zu bluten, jagt er uns jetzt nur noch durch die Gegend. die Durchschlagskraft für die Kugeln, für diese dicke Haut, wie die Büffel das haben, ist nicht optimal, Kinders. Muss ich doch auf das Gewehr spornen. Sehr frisch, sehr frisch. Ja, wunderbar. Ihr seht, er blutet nicht mehr. Der Blut Verlust hat ihn nicht umgebracht. Und die Hündin ist auch nicht mehr so aufgeregt. Da Da ist Da ist irgendein Tor Das war doch der Bulle, ne? Ich bin da, Süße. Loll. Loll? Hast du Glück, dass ich die falsche Waffe in der Hand hatte? Wie der Tarsi mal kurz um unsere Füße sprünt. Was tut denn überhaupt noch eine Spur? Miao-Design hat ein Abo gekauft und ist nun ein Schatzsucher. Lost Kittingroll Ja, Dankeschön für deinen achten Monat im Prime Abo Vielen lieben Dank Miao Dankeschön Jupp Das ist ein Bulle Er hat seine Weiber er versucht zu verteidigen Wenn er nicht angegriffen hätte ich es ja auch nicht weiter beachtet aber Okay Okay wir müssen langsam machen Ihr seht wie die Hündin anzeigt der könnte hier in der Nähe sein Wegen 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 Nudelholz Das ist er irgendwo. Und natürlich meterhohes Gras und Gestrüpp und wir sehen nichts. Und gleich hockt er wieder auf uns. Dann geht das Spiel von vorne los. Wo ist er? Seht ihr den? Ne, ne? Ganz vorsichtig. Ich sehe ihn nicht. In dem Gestrüpp, da ist er. In dem Gestrüpp leise zu sein ist fast nicht möglich. Der Ruf kommt von da hinten. Da vorne ist auch einer. Den verfolgt jedenfalls die Hündin. Ja, ein schlagendes Nudelholz wäre natürlich noch schicker. Und das habe ich nicht. Schnuffi, wo ist der? Ich höre den aus einer anderen Richtung, wie du mich hinführst. Schnuffelinchen. Sie bellt auch jetzt nicht mehr, wenn wir zu langsam sind. Das heißt, die Beute sollte theoretisch nah sein. Damit will sie keine Aufmerksamkeit erregen. Da vorne ist irgendwas. Seht ihr das? Oder ist das ein Baum? Ne, da ist was. Guckt euch das an. Der Hund läuft direkt drauf zu. Bist du Jeckhund? Da vorne steht er. Ist es nah genug? Ich sehe doch nichts mit dem Ding. Gleich haben wir eine tödliche Begegnung. Guck, wie erwartet. Getroffen. Ich habe auf jeden Fall getroffen. Wie der getaumelt hat. Komm schon, fall um. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Komm schon. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Schande. Wir stehen hier aber auch saublöd. Jede Menge Blutspuren. Locken wir ihn mal ein bisschen in eine freiere Fläche. Ne? Kommt er nicht mit? Ja nun, ne? Wo ist er, Süße? Ich will ein Rind für Rinderbraten haben. Der müsste aber zusammenbrechen. Er hat schon nur noch 25%. Er sollte zusammenklappen. Er sollte zusammenklappen. Wenn verschossen, haben wir ne eh aber. Wir bräuchten die besseren Kugeln. Der Hund heißt eigentlich Cleopatra. Aber es war der Büffel gemeint, dass der mich nicht anpieksen soll. Ja, ich bin doch da, Schatzi. Ich bin doch nicht so schnell. Sag nur, der blutet nicht aus. Schon wieder nicht. Geh weg, ja, ja. Ich möchte euch mal sehen, wenn euch ein Büffel mal kurz zusammenrennen will. Das ist nicht lustig. Ich bin da, ich bin da. Hat der schon wieder aufgehört zu bluten? Ich bin da. Sieht fast so aus. Schande. Geht das Spiel wieder von vorne los. Der blutet nicht mehr. Ach, Kinders. Möchtest du uns jetzt noch durch das Grasdorf führen? Ernsthaft? Sehen wir doch nichts. Ich habe keine Nase, die mir den Weg zeigt. Das ist ein hart erkämpftes Mittagessen, sag ich euch. Ein sehr hart erkämpftes. Das ist ein hart erkämpftes Mittagessen. 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 Hinten wir da. Und hinterm Bärscher wartet uns dann wieder, oder? Aber da ist man so geil! Cleo praktisch Nase an Nase mit dem Büffel da gestanden. Und ich wusste nicht, ist es ein Baumstamm oder ist es der Büffel? Lauf! Das ist ein Warzenschwein. Das greift uns nicht an, theoretisch. Ein Warzenschwein mit Prünftschrei 20 Meter vor uns, geil. Habe ich ihn getroffen? Was denn? Ich habe keine Blutspuren hier. Ich habe keine Blutspuren hier. Nicht getroffen, oder? Ich bin fast tot. Okay, dann suche man den Büffel nochmal. Hier. Noch einen Treffer und ich bin tot. Mir hat der Schwein gestört. Der fand das jetzt nicht lustig. Wenn der jetzt hier rein geflüchtet ist, kann ich keine Chance den zu sehen. Meinem Büffel verloren. Mit der Graswand. Ah ne, da vorne sehe ich nochmal. Schande. Ich will ihn ja irgendwie jetzt schon haben, ne? Nach dem, was er uns angetan hat. Ich finde seine Spuren nicht mehr. Sieht noch jemand was Blaues leuchten? Nach da hinten. Da ist noch mal ne Spur. Und dann steht er irgendwo wieder am Baum und wartet auf uns. Ich finde ihn loben. Wie alt. Kann aber nicht sein. Ein schwer vernetzter Büffel und er rennt und rennt und rennt und rennt. Da vorne irgendwo ist er. Oh, was er erschimpft. Was er erschimpft. Ich muss in die Spuren. Keine Chance. Der ist weg. Ach man, es ärgert mich jetzt. Dämisches Viech. Hat uns fast umgebracht. Er ist weg. Und wir müssen trotzdem weiter in die Richtung. Und da vorne ist tatsächlich noch mal die Spur. Oh, ich gehe kaputt. Der ist zum Gefressgebiet geflüchtet. Ist er das? Ja. So eine Jagd hat echt ihre Tücken. Und am Sonntag waren wir so erfolgreich und heute wieder nix. Ja doch, einen Springbock haben wir. Einen Springbock. Wir können zumindest uns ein kleines Mittagessen gönnen. Dieses kleine Mistviech. Das ist ein Kudo. Das klingt wie eine Ente irgendwie. Okay, er hat gewonnen. Ich gehe jetzt in die Richtung. So einen halben Kilometer. und das ist ein kleines Mittagessen. Nee, nee, nee. Sie haben mich. jetzt gehen wir nach vorne an das questing und dann können wir noch mal gucken ob wir irgendwas finden gegebenenfalls noch mal die karte springen eine andere karte wir haben ja immer noch hirsche und so ist auch mal ein leckerer braten dann vorne ist das ausgetrocknete flussbett der ist ja wieder ein büffel der ist aber schwarz das ist nicht der wo wir eben hatten oder mehr in zwei verschiedene gehabt ist eine ganze herde das ist auch ein fauna dabei es ist aber ein weibchen das ist ein weibchen schande 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 du misstvieh hammer die kugeln taugen ja mal gar nichts da kommt der nächste schnell nachladen da brauchst du nerven wie drahtseil soviel zum thema das spiel hat keinen stressfaktor willst du mir jetzt sagen ich habe den nicht einmal getroffen echt jetzt hund komm schon nicht getroffen oder die kugeln prallen an der haut ab die kugeln dann kriege ich gescheite wunden rein so verballer ich nur kugeln für nix und wieder nix ich würde wetten wenn ich mit dem gewehr geschossen hätte hätte ich ein zwei erfolgreiche kopfschüsse gehabt die pistole macht mich nicht glücklich die taugt gar nix schmittern schwein so dann müssen wir halt auf das gewehr sparen dann haben wir halt doch keine neuner waffen was dann natürlich heißt dass wir keine volle trofäen wertung kriegen aber mein leben ist mir da jetzt ehrlich gesagt wichtiger wir haben es jetzt mehrmals probiert wir haben es mit dem wiesenden probiert wir haben es jetzt mit diesem bullen probiert das funktioniert nicht das ist lebensgefährlich wimpy grüß dich alles schick alles schick du angelst ok du angelst ok du findes camp woher ist baden du bist ein scout du findest woher er ging wir haben ein zelt gefunden mhm he left a note let's read it sehr geehrter waldhüter scha-ba-na-mu letzte nacht hatte ich das vergnügen mit einigen netten ein mhm 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 zu viel getrunken, denn als ich aufgewacht bin, hat mir viel von meiner Ausrüstung gefehlt, wie die Batterien meines Funkgerätes. Aber kein Problem, solange ich meine Kamera habe, geht meine Mission weiter. Die Jäger haben mir einen Tipp mit Pilzen gegeben, mit denen ich vielleicht ein Oloco sehen kann. Also gehe ich mir die Büffelcode suchen. Ich melde mich sobald wie möglich bei ihnen. Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Nette einheimische Jäger, so so. Ja, wenn dir Angeln Spaß macht, warum nicht? Warum nicht? So, und das nächste Problem ist, dass das Nashorn ein Problem hat. Wie wir hier querfeldein gejagt werden, nur für die Quest. Oh, das ist gar nicht so weit. Beim Angeln tut man normalerweise ja auch nicht sterben. Nicht so wie diese dussischen Büffel hier. Löwen haben wir auch schon ein paar Mal nicht gesehen. Gut, denn jetzt kann ich jetzt nachschauen. Gut, denn jetzt kann ich das ein paar Mal nicht sehen. So, ich habe mich auch nicht gesehen. Gut, denn jetzt muss ich das ein paar Mal nicht sehen. Echt jetzt? Wie will der so lustig Juhu-Tube? Er hat Juhu-Tube. Könnte ich mich jedes Mal amüsieren. Das ist ein Schwein, ne? Ja. Das ist ein Schwein. Das ist ein Schwein. Das ist ein Schwein. Und da vorne scheint was zu liegen. Jetzt sag nur nicht, da liegt unser letztes Nashorn. Das sieht nicht so gut aus. Das ist eine Tragedie. Das ist was von ihr. Ich will send a team to clean her up before the Jackals come. Das ist ganz bestimmt. Ja. Ja, ja. Ja, armes Tier. Nur für sein Näschen. Den Recht hat die nicht mal interessiert. Wir haben ja ein einziges Nashorn gehabt und das ist jetzt tot. sehr schade. Ja, mein Hund. Alles gut. Ausnützen, dass wir mal mit dir spielen können. Ja. So. Darf ich denen wenigstens eine Kugel in die Boppel schießen? Was meint ihr? Das sind echte Spuren. Ein Mensch von 70 bis 90 Kilo. Und der hier auch. Also wenigstens nur Kugeln in die Boppel hätten sie verdient, oder? Bevor die Polizei sie einsperrt. Diese Bastarde. So schade. Wenn man etwas jagt, nimmt man alles. Nur ein Körperteil ist einfach nicht fair. So traurig. Was ist das? Die haben unser Nashorn gekillt. Vielen Dank. Ja, ich laufe doch den Spuren nach. Schimpf mich nicht. Ich bin nicht so schnell zu Fuß. Ich bin heute zu durch zum Treffen, oder? Ich bin doch hier runter, nicht da hinten. Ich habe mich nicht getrunken. Unglaublich. Was ist das heute? Und... Ich bin ja, ich bin doch hier. Da vorne ist ein Lagerkenners. Ne, ein Auto. Ein Auto haben wir gefunden. Be on guard. Maybe this is their camp. Das ist gar nicht in ihr Camp. Don't stay here too long. They're a group, so you'll probably hear them coming. But you'll never know when they'll be back. Anything suspicious? Even the least experienced poachers would not leave their hall in an unguarded pickup truck. Someone or something sabotaged them. And I doubt that Gustav Barden is the one who slashed their tires. You should get out of here before they return. But first, they've no doubt left traps in the area nearby. Do a quick sweep to remove them before you leave. Bei meinem Glück lad ich wahrscheinlich selber rein. Was haben wir ja keinem. Das hier sieht für mich aus wie in der Fall, ne? Nein, nein, nein. Soll ich die jetzt finden? Ne? Und siehst du eine Falle? Ich nicht. Ich muss mal das Ding weg machen, das ist irritiert. Ich muss mal das Ding da weg machen, das ist irritiert. Seht ihr eine Falle? Ne, ne? Da ist eine. Guck. Eine haben wir gefunden. Groß genug, dass die Garzellen und ein Wildschwein reinlaufen können. Okay. Und jetzt. Und jetzt. Wir kommen das Ding, dann. Oder? Und jetzt. Erstmal. Und jetzt. Und jetzt. Ja, das zu finden ist gar nicht so einfach. Die Hündin steckt an, die wittert irgendwas. Ich finde die fallen nicht, tut mir leid großfallen, aber ich finde da nichts. Sind wir das so weitläufig abgelaufen, ich finde da keine fallen. Ich habe gerade mal eine. Ich weiß nicht, du bist so weitläufig. Ich weiß nicht, du bist so weitläufig. wenn in der näheren umgebung ist ein weiter begriff für die einen sind fünf meter nah für den anderen sind 50 meter nah und die nächsten fünf kilometer ja 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 m ja 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 Der ist jetzt ein bisschen kribbelig, weil ich diese Fallen nicht finde. Das ist jetzt ein bisschen. Ja, die anderen Fallen wurden uns wenigstens angezeigt, aber hier suchen wir uns einen Wolf. Ja, die anderen Fallen wurden uns wenigstens angezeigt. Da ist keine Falle. Wir sehen jetzt jeden damischen Busch abgelaufen im ganzen Umkreis. Ich habe hier keine Fallen. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. Wo sind die denn? Ich renne mir hier echt einen Wolf. Ich renne mir, ich renne mir, ich renne mir, ich renne mir. 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 Ich renne mir, ich renne mir. 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 Was ist das denn für ein Käse? Ja, dann müssen wir das hier das nächste Mal machen. Ich kann jetzt kein Video angucken, wo die blöden Fallen sind. Ich finde die nicht. Wir haben jetzt alles abgelaufen im Riesenumkreis. Jeden Dabbischen Busch angelaufen. Das sind keine Fallen. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Wie im Schilf. Wie mein Schnee am Wasser, oder was? Tut sich leider auch nichts. Das ist nichts. Auch nichts. Das ist auch nichts. Schade. War eine gute Idee, aber nichts zu finden. Und ich glaube, das ist auch schon zu weit weg. Da ist auch nichts. Der Pfeil ist das Lager, von dem wir gekommen sind. Da ist nur das Lager. Und im Lager habe ich jetzt im Riesenumkreis jeden dussischen Baum und Busch abgelaufen. Bin in jedes Gestrüpp rein. Da ist nichts. Da ist nichts. Ich habe nur eine einzige Falle gefunden. Wie gesagt, der Pfeil sagt nur, da ist das Lager, wo das Auto gestanden hat. Wie gesagt, der Pfeil ist das Lager. Was ist das Lager? Das Lager ist das Lager. Was ist das? Das war weit weg. Ich möchte heute auch nicht beerdigt werden. Okay. Denn zwei, nur zwei Fallen müssen finden. Das war gruselig. Mehr haben sie gefunden. Jetzt müssen wir Schüsse verfolgen. Damische Wildeire. War eine gute Idee, mit dem Schilf zu gucken, aber da haben wir leider nichts gefunden. Da vorne brennt was. Wie geht das? Was säuft hier denn rum? Schweinchen. Böse Wilderer. Ich habe noch mehr Lust, den in die Bubbes zu schießen. Ja, ja. Mecker nicht. Ich will gerade nichts von dir. So. Wir sind schon relativ nah. Das soll eine Hütte sein. Da war gerade was. Schweinis. Jede Menge Schweinis. Aber es wäre vielleicht nicht so gesund, jetzt einen Schuss abzugeben, oder? Wo mir so nah an den Wilderer sind. Wird ein riesen... Au! Ne, echt jetzt. Ich habe es nicht mal gesehen. Okay. Ich glaube, wir wechseln dann jetzt die Karte. Ich bin jetzt gefrustet. Ich habe die nicht mal gesehen, was mich da gekillt hat. Jetzt müssen wir ewig weit wieder laufen. Da unten hin. Mach mal aber das nächste Mal. Ich habe da jetzt keinen Nerv mehr dafür. Hübste Flötenviecher. Was? Einfach vorbeikommen und töten. Ja, ja. Ja, ich anscheinend. Bis jetzt haben wir ein sehr mageres Essen. Das ist offensichtlich nicht mein Tag. Wo bin ich denn hier? Abends um 6 Uhr. Haben wir die falsche Uhrzeit. Wie mir das Schiff da im Schlafplatz wächst. Voll bequem, oder? Dann gucken wir mal, ob wir uns wenigstens einen Hirsch krallen können. Naja, der Wind ist suboptimal. Jetzt soll ich es mal kurz warten. Da hat ein Reh, glaube ich, gerufen, ne? Da hat ein Reh, glaube ich, gerufen, ne? Still. Ich habe es auch gehört. Miese Dusselchen Büffel und Warzenschweine. Miese Dusselchen Büffel und Warzenschweine. Die haben uns nur geärgert. Die haben uns nur geärgert. Geh, die haben uns noch geärgert. Das ist ja auch noch geärgert. Ich habe ja auch noch geärgert. Ich habe ja noch geärgert. Ich habe ja noch geärgert. Ich habe ja noch geärgert. Da sind wir ja noch geärgert. Vielen Dank. Der Wind ist natürlich nicht so perfekt. Wenn sie da hinten kommen, könnten sie uns nicht wittern. Die da vorne dürften volle Dröhnung ins Näschen kriegen. Was sie dann natürlich nervös macht. Ja, oben stehen die Gänse. Was war heute echt ein magerer Tag, was Schüsse betrifft? Ein einziges, ein Springböckchen. Was denn? Der Hund nimmt was wahr, aber ich sehe nichts. Bewegt sich gar nichts. Zumindest nicht in Schusslinien. Da kommt was. Ein Wildschwein. Ich würde sagen, die müssen für Rache herhalten, oder? Da ist zwar kein Hirsch, aber hey, immerhin, ne? So. Wie laufen die denn? Die wollen gar nicht hier ins Wasser. Also. Das ist einer nervös. Habt ihr ein Glück? Habt ihr ein Glück? Nein was? Was heißt das nicht? Das waren alle, ne? Die Kinderfurschen. Und da läuft ein Hirsch. Die Hirschkuh. Ganz ruhig. Jetzt nicht die Nerven verlieren. Da ist noch eine. Die riechen mich, ne? Oh Gott. Das müsste geklappt haben. Geh mal gucken. Hallo Hund. Ich würde nur sagen, ich habe getroffen, oder nicht? Nein. Wir haben einen Fuchstrinkplatz gefunden. Wir haben sogar sauber geschossen. Schaut euch das an. Das ist sofort zusammengeklappt. Und die hat erstmal rumgejammert. Sie findet nichts. Muskel, Darm, Magen, Leber und Lunge. Oh, Jesus, Maria. Was ein Schuss. Wir haben so ziemlich alles angeschossen mit einem Schuss, was man treffen kann. Aber so ziemlich alles auf 97 Meter. Ein sauberer Schuss. Die war sofort tot. Dankeschön. Jetzt geht es mal wieder besser. Ich habe mal wieder erfolgreich gejagt. Juppie, Juppie. Hirschfelden tut mich immer wieder ein bisschen aufbauen. Jetzt können wir uns noch ein paar Minuten gönnen, ob noch mehr kommen. Und jetzt probieren wir nachher gleich die Darmhirsche. Die können mich auch hier trinken. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen mehr Mittagessen. Der Mund muss sich abliegen. Ich gucke mal da. Kaum liegen wir, kommt der nächste. Ein wunderhübscher Hirsch. Dankeschön. Jetzt seid du auch ein guter Schuss. Das sieht auch gut aus. Der liegt da vorne. Jetzt geht es mir besser. Ein wunderbar. Zwei anständige Schüsse. Jetzt geht es mir besser. Ich kann es noch. Das ist nur die Afrika, wo ich nicht schießen kann. Wieder ein astreiner Schuss direkt gefallen. Eine schöne Farbe hat der. Da kommt das mit dem Hund. So, immerhin ein Silbertrophäe. Muskel und Herz. Oh, ich habe einen Herzschuss. Wow. Guckt euch das an. Ein astreiner Herzschuss. Das kriege ich selten hin. 170 Kino Hirschfleisch. 170 Kino Hirschfleisch. Wunderhübsch. 177 Bewertungen. Lass mich mal gucken. Der hat nur 150 Garth. Seht ihr? Dann tauschen wir die. Weil der ist besser. Und annehmen. Dankeschön. Gibt noch eine. Oh, 1300 Gold. 1300 Gold. Jetzt geht es mir besser. Zwei anständige Schüsse. Kriegen wir noch mehr? Was meint ihr? Trauen sich da noch welche her heute Morgen? Hund ablegen. Hund ablegen. Und auf die Nächsten warten. Was will man mehr? So, was habe ich hier vorne noch gefunden? Ist das mein Rothirsch? Der Rotwuchs ist von 17 bis 20 Uhr. Also Nach- und Darmhirsch. Der Hund ist nervös. Ist das noch was in der Nähe? Das waren zwei schöne Schüsse. Ich bin wieder happy. Spürt man richtig, wie das Selbstbewusstsein steigt. Da war noch ein klasse Herzschuss dabei. Was für eine Farbe hat der eigentlich schon gar nicht aufgepasst? Dunkelbraun, okay. Kommt noch jemand, traut sich noch einer? Das ist natürlich schon ziemlich leer. Haben wir uns bald wieder ein gutes Gebiet verschossen. Aber was soll ich machen? Was sehe ich da? Das andere? Wird teilweise schon besser. Je mehr Abschüsse wir hier haben, desto schneller wird das andere Gebiet wieder bejagbar. Die Land ist denk ich schon für deine Red. Grüß dich. Was soll die Land ist? Was habt ihr denn angestellt? Tom Breider. Habe ich gesehen, hast du gestern Abend auch gespielt, aber da war ich zu müde. Da war ich eigentlich schon, ich bin relativ früh ins Bett, ich war irgendwie ziemlich ausgebrannt. Du willst mal zu Ende spielen, okay? Bei euch hat die Schule angefangen, oder? Ich habe nämlich gestern oder vorgestern noch mal anderen Österreicher gequatscht, der irgendwie gesagt hat, seine Kinder müssen jetzt in die Schule. Bei dir ist er Montag, Ersch, okay? Bei ihm haben sie die Woche wohl schon angefangen, der musste sein Junge in die Schule bringen. Hallo, Metall! Sind auch bald schon wieder Ferien, ja, so kann man es natürlich auch sehen. Das sind diese Faulenser von Lehrer, die, die haben nur Ferien, die haben nur Ferien. Schlimm, 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 Schlimm. Die sind nur am Ferien machen. Schlimm, Schlimm, Schlimm. Muss ich mir noch überlegen. Ich würde sagen, die Hirsche sind für heute durch. Und es ist ja 7 Uhr, ne? Aber trotzdem... Ich glaube, die sind für heute durch. Dann probieren wir es mit der Dame hier schon, oder? Und dann hätten wir noch Füchshofenplan, sagt er. Oder mache Palierisch wieder zu früh die Nerven? Was soll ich jetzt dazu sagen? Nein, nein, nein. Ich gehe mal eine Runde schlafen, is glaube ich gescheiter. Ihnen lassen sich jetzt Zeit. Na Dankeschön. Janu! Der muss warten, bis sie mal Beute haben. Dann darf er arbeiten. Da kommt was. Da kommt was. Der nächste Abschuss, wenn wir Glück haben. Das Ding soll ich nicht hier vorne hin, sondern scheinbar da hinten hin. Mhm. Da war grad was gelaufen. Die Windrichtung ist im Moment halbwegs passabel. Die Windrichtung ist im Moment halbwegs passabel. Und da kommen die Hirsche. Damit du die Tiere gut hören kannst. Ja, meine Ohren sind jetzt taub. Da sind welche aber noch ein bisschen zaghaft. Der läuft weiter. Komm ein bisschen näher. Kann ich besser schießen. Nette Kopfwackel. Näher kommen. Ich nehme auch Mädchen. Hauptsache kriege Geld. Schlafen ist so teuer. Wie weit ist denn das? Und das hier sind Darmhirsche. Darmhirschmädchen, genauer gesagt. Natürlich müssen die das. Wir wollen doch was essen. Das könnte ein Reh sein. Die da, das könnte ein Reh sein. Die, die da. Das sind Darmhirschmädchen. Und da habe ich gerade einen Bullen gesehen, da. Der natürlich super blöd da steht. Wenn ich klicke habe, dann habe ich einen gescheit getroffen. Nein, diesmal habe ich keinen guten Schuss gehabt. Ich hätte das Mädchen holen sollen. Die hätte ich besser getroffen. Aber anscheinend habe ich nicht getroffen, weil der Hund läuft. ist eigentlich zu früh, weil jetzt ist gerade Brunumzeit. Der ist eigentlich zu früh für eine Schwangerschaft. Ja, ich habe getroffen. Sehr schön. War wahrscheinlich gut im Futter. Oh, ich habe doch gut getroffen. Schaut, da vorne liegt er. Tödlicher Treffer. Tödlicher Treffer. Da hat er noch Emma. Richtig geblutet. Richtig viel. Schaut. Von jetzt auf nachher ausgeblutet. Damit man es nicht vergessen. Hund oben. Wer ist er? Oh, eine Goldigen. Wir haben eine Goldwertung. Schaut euch das an. Ein richtig hübschen. Eine Gold. Auf 82 Meter haben wir den getroffen. 199 Trophäenwertung. Und 100% Effizienz. Wow. Und 100% Effizienz. Und 100% Effizienz. Habe ich einen Platz für dich? Habe ich einen Platz für dich? Nee, eigentlich nicht. Oh, du bist ein Goldtier. Dann tausche ich dich gegen den. Du bist ein Gold. Dankeschön Terror. Das ist mein fünfter Goldschuss. Mein fünfter Goldschuss. Mein fünfter Goldschuss. Geilo. Hallo. Ja, hallo? Ja, auf jeden Fall ein gescheites Mittagessen. Da ist noch einer. Dann kann ich ja gescheit treffen. Jetzt gehen wir in unser Versteck und hoffe, es kommt noch einer. Das waren jetzt drei richtig gute Schüsse, Kinders. Das hat uns jetzt völlig für die Afrika Desaster entlohnt. Dann muss ich sie da ablegen. Dann muss ich sie da ablegen. Keine. Wie gesagt, da hinten läuft auf jeden Fall auch noch ein Rudel. Ein Goldschuss. Wie geil ist das denn? Und außerdem musst du ruhig sind, Tenantes. Wir haben die Woche ja gesehen, dass du auch arme, affenähnliche Tierchen erschießen tust. Und dich dann wild feucht und dem arme Vieh sogar Bomben ums Haupt wirft und lauter so komische Sachen. Ja, ja. Und sich dann noch beschwert, wenn das Tierchen lernen kann. Naja. So eine bist du. So, was meint ihr, kommen noch welche? An die Hirsche? Oder an die Hirsche für heute genug? Dann können wir es nachher nur noch mit Füchsen probieren. Wobei die hier vorne ist natürlich extrem nah. Ja. Ich glaube nicht, dass wir da Glück haben. Auf jeden Fall, das kleinere Tier, das müssten Reh gewesen sein. Da fällt mir ein, ich muss immer noch ein Bild von Darmhirschen machen, gell? Vergessen wir auch immer. Ja. Piesel immer guckt. Der Wind ist gar nicht mehr so unschlecht. Aber ich glaube, die haben genug für heute. Die sind schreckhaft. Da ist das Rehweibchen, das wir eben gesehen haben. Die ruft da hinten. Ja, was meint ihr, kommt noch was? Sind wir zu früh ungeduldig? Der Hund meldet. Okay. Wenn die Hündin so schnaupt, soll das ein Anzeichen sein, dass ein Tier in der Nähe ist, um Radius von circa 150 Meter. Da. Da. Da ist er. Da ist einer. Mach ich erst mal ein Bild. Wie geht das? Das zählt schon wieder mit. Ach, ich hasse es. Wie weit würde ich sein? Ich habe mal einen gescheiten Schuss. Ja. Da hinten war auch was. Nee. Stillhund. Mach ihn nicht nervös. Der hat einen ganz komischen Rücken. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, der hat Schmerzen. Ich müsste getroffen haben. Ich müsste getroffen haben. Hinkicken wir mal. Ich muss nur kurz noch rüberkommen. Komm, Süße. Ich hoffe mal, dass wir da hinten Arbeit haben, dass er den Rücken so komisch verkrümmt hat, wenn wir getroffen haben. Ja. 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 Da ist ein Blutschmuck. Keine Organe getroffen. Das ist nicht gut. Das ist ein Fehlschuss. Dann such mal einen schönen. Die läuft jetzt erstmal ganz außen rum. Alles klar. Busch. Such. 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 Such meine Schöne. Such. Hier. Such. Fein. Wir lassen den natürlich nicht weit von zurück, wie sich das gehört. Der wird maximal 100 Kilo wiegen. Okay. Was ist das denn? Guck mal! Da war ein Stück Geweih drin. Kann ich die Axt haben? Ne? Da haben wir gerade noch ein Stück Geweih gefunden. Na guck. Das ist unser, glaube ich, siebtes Geweihstück, das wir hier in Hirschwelten gefunden haben. Blutet aber langsam aus, das ist nicht so gut. Es könnte, wenn wir Pech haben, passieren, dass er sogar überlebt. 25 Prozent, das sieht schon besser aus. Da ist nochmal Blut. Warte, ich schaue mir noch die Dingsspur. Ich komme, meine Süße, ich komme. Du hast dich gesehen. Da kann er mich also auch interessieren. Das war's. Wie ist das? Ich bin gerade hier so. Ich bin gerade hier. Ich bin gerade hier. Er blutet aus. Jetzt ist er schon bei null Prozent. Gut, dass es hier nichts gibt, was mir die Beute streitig macht. Müsste gleich zusammenbrechen. Ja, da vorne liegt er. Da vorne liegt er. Wunderbar. Da ist noch einmal die Blutspur. Und da vorne liegt er. Jawohl. Hast du gut gemacht, meine Schöne. Und da ist unser Schätzchen. Ja, nur eine Bronze. Aber allein, das hat schon Punktabzug gegeben, weil wir nur einen Muskel getroffen haben. Wir sind knapp am Herz vorbei und ganz knapp an der Lunge. Schaut mal, wie dicht die Kugel vor der Lunge stehen geblieben ist. Ein kleines Stück weiter hätte man wenigstens einen Lungenschuss gehabt. Hätte eine etwas bessere Wertung gegeben. Aber es ist okay. Und wir sind wieder aufgestiegen. So, ich bin wieder aufgestiegen. Das sehe ich. Wir haben jetzt wieder einen Vorteilspunkt. Ich bin wieder aufgestiegen. Wir sind jetzt bei 11.000 Geld. Und? Ja, mein Schatz. Was ist? Was ist? Hast du doch fein gemacht. So, Kinder. Wir haben Springbockfleisch. Wir haben Hirschfleisch. Jede Menge Hirschfleisch. Das sieht doch schon viel besser aus. Wir werden auf jeden Fall satt. Und ein paar schöne Trophäen haben wir auch. Immerhin eine goldige dabei. Und wir haben, wie befürchtet, haben wir hier die Trinkstellen verschossen. Genau wie hier vorne. Wir brauchen wieder neue Opferstelle. Sehe ich, wir müssen jetzt erstmal unser Zelt holen. Ich glaube, müsste ich das hier rausmachen, sonst können wir halt das Zelt nicht tragen. Jetzt brauchen wir eine neue Stelle für Hirsche und Zeug abzuballern. Bis die zwei anderen Gebiete wieder bejagbar sind. So. Bitte da hinlaufen. Was? Hat er nicht gemacht. Zelt haben wir an der Tasche. Dann gehen wir mal gucken, ob da hinten entsprechende Wasserstellen wir wieder unsere geliebte Beute kriegen. Bei Hirsche sind immer so schön nebenbei zu jagen. Da, 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 da. Da, 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 da. Und kommst du? Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Hirsche. Wir haben gerade einen auf der Flucht gehört. Das ist nicht weit von der Wasserstelle, wo ich hin will. Die Hündin warnt. Das war ... Was soll ich dazu sagen? Perfekt, da geht es nicht. Ein hübscher Himmel, Lungenflügel, Leber und Magen haben wir getroffen. Allerdings mit dem falschen Gewehr, aber da es ein Weibchen ist, hat die eh keine Trophäenwertung. 20 Meter Entfernung. Gut. Danke für dein Fleisch. Es wird uns sehr munden. Es wird uns sehr munden. Ich hatte jetzt nicht die Zeit groß zu überlegen, ist es ein Hirsch oder ein Reh, weil dann wäre sie weg gewesen. Da oben läuft was. Guckt mal. Das könnten Wiesender sein, oder? Ja. Was sind Wiesender? Sonst noch was im ersten Blick? Ein hübscher See will mir scheinen. Schweinespuren. Wiesenspuren. Kinder, was gibt es bei euch heute zu essen? Ist überhaupt noch jemand wahr? Also außer natürlich Hirsch und so. Was gibt es denn heute so zu essen? Sporte Landes, mit was füllst du meinen Teller? Ja. 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 Er ist ein. Der See sieht nicht so besucht aus, wie ich mir das wünsche. Schade eigentlich, es sind keine Spuren da. Dann meine ich es erst zwölf Uhr. Terror macht Bohnen mit Kartoffeln mit, als Auflauf mit Käse überbacken oder mit Hackfleisch. Kommt drauf an, ob du Vegetarisch willst oder... Das machst du doch für Verringungen. Es würde auch als etwas anderer Kartoffelsalat gehen bei dem Wetter. Kartoffelsalat mit Bohnen, Zwiebeln, sowas wäre auch eine Möglichkeit. Genug Ideen. Das sind keine Spuren, das ist zum Verzweifeln. Das sind keine Spuren. Das sind keine Spuren. Bohnen, Kartoffelsalat? Ja. Und bei der Hitze, den kann ich auch später noch kalt essen, wenn es zu viel ist auf einmal. Dann kann man noch Krikadellen dazu essen oder einen schönen Nackensteg. Da gibt es gar keine Spuren. Das finde ich sehr verdächtig. 136 Meter ist da hinten. Na, ich weiß ja nicht. Wir stellen mal probehalber hier das Zelt ab. Was müsste ich eigentlich hier haben? Ne. Inventar. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 Nun gehen wir aus, was meint ihr, kriegen wir Glück? Und dann müssen wir uns einen anderen Sees suchen. Tote Hose. Komm schon, das kann doch nicht sein. Du steigst an. Was meint ihr, kommt hier was? Unbekanntes Gewässer. Hier haben wir auch mal geschlossen. Was ist das hier? Da war ein Rottischgebet. Notfalls müssen wir dann dahin tabbern. Aber so ein großer See, da muss doch was trinken gehen. Und die hinten werden zu weit sein. Es ruft aber auch nichts. Gar nichts. Mit Wiesenden und so vergnügen wir uns lieber erst, wenn wir das bessere Gewehr haben. Ja, mein Mädchen. Wir brauchen gute Schüsse. Sie sagt, es ist was in der Nähe. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Bitte, bitte, bitte. Darüber, meinst du? Da kommt was. Meinst du? Jetzt gehen wir mal in die Hocke und warten. Mehr was? Schnüffel, Schnüffel. Schüffel, Schnüffel, Schnüffel, Schnüffel. Jetzt darf ich das hier nicht stellen, oder? Schande. Oh, Schande. Warum nicht? Wie, das Gefälle ist zu steil. Quatsch. Du hast kein Gefälle. Ach, da darf ich. Das ist Krum und Schäpp, aber da nicht. Wie geil ist das denn? Da darf ich mich draufhucken. Wie geil ist das denn? S-Knot. Und es sieht eh nicht so aus, als wenn sich das lohnt. Wir müssen weiter doppeln. Das ist anscheinend ein Wiese im Trinkplatz. Und nur für die. Wir sind ja schon hingehen, eine Viertelstunde da. Das ist ein Wiese im Trinkplatz. Ich denke, wir haben hier nicht viel Glück. Das ist ein Wiese im Trink. Das ist ein Wiese im Trink. Hallo Antike und Herr Du. Wie geht's dir? Na, weil er nicht gehört. Gelesen, wie auch immer. Gelesen, wie auch immer. Gelesen, wie auch immer. es geht ihr wieder besser das ist schön dann hoffen wir mal was auch immer die probleme waren dass es dann nicht wiederkehrend ist dann würde ich sagen wir gehen zu dem anderen platz das sieht hier irgendwie nicht so vielversprechend aus schlägst du wieder an ich habe doch eine markierung gesetzt fast keine kugeln mehr wartet mal müssen wir erst noch mal kurz das zelt stellen wahrscheinlich fast keine kugeln mehr das ist natürlich unkünstig und dann haben wir dann nicht mehr so viel schönes geld aber ohne kugeln ist das ganze natürlich sinnfrei jetzt geht es schon wieder besser du stolz dahinter spielen antike wir müssen erst gut da hoch dann gehen wir mal meine Toll dann gehen wir mal meine Toll dann gehen wir mal 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 Dass die sich so schwer tut, den Hang hochzulaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So eine schöne Gegend hier. Kann man sich einfach nicht satt sehen. Wenn ich jetzt auch noch da hochkomme, wäre es noch schöner. Vielleicht mag auch gleich nochmal eine Hirschkuh oder ein Reh vor mir stehen. Den Topf noch ein bisschen mehr zu füllen. Wir haben gerade viele Kugeln ausgeben müssen. Dann sieht nicht so nach heute aus. Aber gut. 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 Vielen Dank. Wie ist das? Nee, ist mir das so hochlaufen müssen? Für den See? Ist das ein Bergsee oder was? Das ist ein Mini-Huppelchen und dann kommst du nicht hoch. Wie wär's, wenn man den Beinen ein bisschen mehr hochheben? Mann, 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 Mann. Hat doch nur ein großer Schritt. Schallum. Schallum. So und da vorne ist der See, wo wir hinwollen und da ist auch schon unsere Beute, die gerade Panik kriegt. Haben wir eine getroffen? Was meinst du, haben wir eine getroffen? Sag mir nicht nein. Ernsthaft. Auf jeden Fall ein Hirschtrinkplatz. Such! Ich jetzt? Komm schon. Ich hab bestimmt getroffen. Ganz bestimmt. Such! Such mein Mädchen, such! Wir haben nichts getroffen, schade. Okay, aber wir wissen jetzt wo sie trinken. Jetzt müssen wir nur noch einen Platz finden, wo wir uns hinstellen können. Das ist unser Hirschjunge. Was ist denn das? Was ist denn das? Guck mal. Lol. Voll der Grafikfehler. Lol. Ich will ja nichts sagen, aber schon ein bisschen schräg. Da ist noch eine. Sag mir nicht, die habe ich auch nicht getroffen. Das sieht besser aus. Die Hündin rennt. Doch, da. Das sieht gut aus. Das ist ein großer Blutplatten. Tödlicher Treffer. Da vorne liegt sie schon. Perfekt. So haben wir das gerne. So haben wir das gerne. Schulter platt mit Lungenflügel. Perfekt. Die kriegt mal 1100 Geld dafür. Wow. Das war ein richtig guter Schuss. Eine Rothirsch-Dame. Dankeschön. Haben wir immerhin schon ungefähr 15 Kugeln wieder bezahlt. Jetzt brauche ich noch einen Lagerplatz. Für unser Zelt. Wir brauchen 60.000 für das eine Gewähr, das ich haben will. Oder brauche. Damit die Büffel uns nicht immer das Leben schwer machen. 10.000. Ich habe erst 10.000. Und das hätte ich mich voll beherrschen können mit Ausstopfen. Und der Wasserpack ist immer noch da. Das sieht ja schräg aus. Wo wollen wir jetzt zelpen? Das ist ein relativ großes Rudel hier. Ich weiß nicht, wo ich da jetzt am dümmsten lag. Das wenn ich auch stehe, die Hirsche im Visier habe, wie wir das so gerne mögen. Da hinten können so oft sein. Wo stellen wir jetzt unser Zelt hin? Wo können wir es hinstellen? Da hinten sehe ich schon, ist das viel zu uneben, als dass wir hier zelten können. Da kriegen wir keinen Zelt Platz. Hier wahrscheinlich auch nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich will doch eigentlich nur laufen. Da haben wir nicht ganz viel Gestrüpp im Geblick. Der trifft uns nicht. Ist nicht wirklich ein guter Blick. Das gefällt mir hier nicht. Jetzt müssen wir anders das machen. Der Wind war nicht schlecht. Der Wind war nicht wirklich schlecht. Da war ein Fuchs. Von hier aus könnte es zumindest teilweise gehen. Ich hier irgendwo das Zelt hin stelle. Das müssen wir erst mal aus der Tasche kramen müssen. Dann wollte ich mal diese Baumdinger ausprobieren. Ich weiß nicht, ob wir die hier irgendwo unterkriegen. da sollen wir nämlich angeblich nicht so gesehen werden. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ich würde sagen, der Baum ist doof. Oder? Ja. Da können wir nichts schießen. Komme ich da jetzt wieder runter? Das war ein doofer Baum. Das ist schon besser, oder? Schaut. Wir zocken mal oben. Blättersitze machen für Tiere schlechter sichtbar und führen andere Jagdgebiete und Gebiete weniger Jagddruck aus. Okay. Und der Wind ist gerade ideal für uns. Was meint ihr? Ja. Ist übrigens auch ein DLC, für die es noch nicht wissen, muss man sich via DLC kaufen. Da waren ja diese Baumdinge und der Hochsitz, den ich eben im anderen Gebiet probiert habe, das gehört zum DLC. Ich habe jeweils drei Stück davon in die Tasche gekriegt und das Recht muss man sich dann kaufen. Genauso wie ja die Zelte in DLC sind. Und ich würde sagen, das ist ein guter Ort hier oben, weil die sind ja von da vorne gekommen. Wenn die hier trinken, könnte ich ziemlich Glück haben. Wenn sie hier vorne trinken, komme ich weitgehend auch dran. Nicht alle, aber das müssen wir dann ausprobieren. Ich würde nur sagen, dass sie jetzt natürlich nicht mehr kommen. Dann trinken sie jetzt vorbei. Probier mal das aus, oder? Ich würde sogar gerne das Zelt noch ein Tick näher holen. Ich laufe nicht so gerne weit, weil das macht krach. So, jetzt wird es spannend, Kinnas, du mal den Hund noch ablegen. Und dann warten wir. Der Wind ist nicht schlecht. Wir können uns noch einnebeln. Und dann warten wir. Im Baum sitzend. Wenn die Tiere ja eher so auf Augenhöhe gucken, sehen die mich tatsächlich nicht so gut. Dann habe ich ja noch Esther vor mir. Und noch eine geschickte Tarnung. Das muss natürlich die Recherche noch kommen. Komm, put, 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 put. Komm, put, 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 put. Wie gesagt, die meiste Zeit sind die Hirsche relativ pünktlich. Ich höre was. Sind allerdings noch relativ weit weg. Dann gucken wir mal, was die hoch sitzen können. Oh, wir haben auch gerade wirklich optimalen Wind. Die kriegen von uns auch geruchsmäßig gar nichts mit. Wenn sie uns dann nicht sehen, hören tun sie uns auch nicht, weil wir uns nicht rüppeln. Der Hund hat sich abgelegt. Voll der bequeme Sitz. Können wir nicht mal die Beine baumeln lassen? Und ich frage mich, wie mir da lang gestreckte Beine anders sind. Da geht das gar nicht. Nicht sehr bequem. Für Stunden zu sitzen. Ja, wo bleiben sie jetzt? Ich hätte gerne noch so einen schicken Schuss. für verdimmuner. Ja. 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 Jetzt ärgern sie uns. Es waren doch so viele hier. Der Hund schlägt an. Mmh, mmh. Jetzt darf man nicht die Nerven verlieren. Ja, jetzt zählt man Schwank aus seiner Jugend, während wir warten, dass die Hirsche sich zum Trinken begeben und in unsere Schusslinie freundlicherweise. Die wöchentliche Truhe war noch nicht gefüllt. Ich habe ganz vergessen, ob im Jagdclub was war, aber ist nichts. Dankeschön. Vielen Dank. Stufe 17 sind wir mittlerweile. Die Hirsche ärgern uns. Guckt euch das an. Die lassen sich Zeit. Die duslichen Dinger lassen sich Zeit. Wenn wir jetzt dann da runterkrabbeln, sind sie garantiert am Weglaufen, weil wir sie nicht gesehen haben, nicht gehört. Die sind so leise. Ist doch immer so. Wenn man die Geduld verliert, dann ärgert man sich. Ich kann es aber nicht locken. Ich habe da nichts Gescheites dafür dabei. Okay. Okay. Ja, das ist für Afrika. Das bringt uns nicht so arg viel. Und ich warte die ganze Zeit, dass Kleopatra nochmal levelt. Die ist ausgelevelt. Mehr wie Stufe 15 als Jagdhund gibbet mich. Die ist komplett ausgelevelt. Ja. 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 Das hat sich recht gut für dich ist. Und zwar ist einfach panisch. Die istrovencede in der weil deductivel. Etwa seitlich istон un baseball auf autopsysteine… Okay? Vielen Dank. Ja, wo bleiben sie? Kommt schon. Tapfer da zu sitzen und zu warten, dass ihr eure Hufen hier bewegt, ist so eine Sache. Ich habe nichts zum Quatschen. Niemand redet mit mir, muss ich euch die Ohren voll quietschen. Ja, hier du siehst, sie kommt schon. Ich weiß, dass ihr ganz viele seid. Ich weiß es genau. Also kommt schon Felix her. Es ist schon 7 Uhr. Ihr seid hier gar nicht pünktlich. Bin ich so nicht gewöhnt. Ich dich auch, Sixt. Ich dich auch. Ich dich auch. Die ärgern uns wirklich. Ich sag ihr, wenn ich da jetzt runterkrabbel, und dann sind sie plötzlich alle auf der Flucht, obwohl keine da waren. Da ist gar nichts. Kein Schuss der Wassergrafik-Feder da hinten. Hm? 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 Fünf Goldschüsse haben wir jetzt. Ja. 114. Es sind Fehlschüsse, es geht eigentlich. Ich bin so viermal gestorben. Und sie haben sieben von diesen Geweihstückehammer gefunden und erst 16% erschlossen. Unglaublich. Die Hershey ärgern uns wirklich. Die kommen nicht. Habe ich auch noch nicht gehabt. Die kommen nicht. Schon halb acht? Bisschen langschläferrudel oder? Die anderen sind immer pünktlich um sechs da. Jetzt haben wir halb acht und die sind immer noch nicht da. So. 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 Jetzt haben wir uns so geschickt in die Bäume gefrachtet und dann kommen die dustigen Viecher nicht. Und dann kommen sie an. Toll und hoff. Und da hinten kommen wir jetzt natürlich schlecht, so steht der Wind ungünstig. Wir stellen uns dann vor, wir haben was gescheites zum trinken dabei, ein buch zum lesen und dann warten wir mit dem Gewehr auf den Beinen, dass die duschigen Hirsche mal angedappelt kommen. Vielleicht noch ein Sandwich, weil man kriegt ja bestimmt auch mal Hunger. Dann machen wir uns dann vom letzten Jagdausflug so ein Hirschgulaschsandwich oder so was, so irgendwie sowas, Hirschsteak, nur ein Blatt Salat dazwischen, Paradieschen dazu, damit es knackt. Da kommt was, so ein Fuchs. Und den könnten wir doch ärgern. Schau mal mit dem Glück. Wenn er uns nicht sieht und vielleicht auch nicht widdert, kommt er vielleicht nah genug. Nämlich noch irgendwas. Blatt war's. Wärtsch. Ja? 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 Ja, ja. Ja? 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 Ja. Ja? Ja, ja. Augen auf Kinders, Füchse sind sehr vorsichtige Schleicher. Vielen Dank. Ich bin ein verletztes Häschen. Oh, mir geht es so schlecht, wenn jetzt der Fuchs kommt. Komm schon Fuchs, du hast das gehört. Es muss erlöst werden. Du bist doch bestimmt hungrig, hast doch kein Frühstück gehabt. Komm. Na komm. Einen schicken Fuchs haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Wenn du schon die Hirsche ärgern, dann komm du wenigstens. Ich glaube, das Liebeswerden war gerade wichtiger. Er kommt nicht. Da ist noch mal ein Ruf. Da ist er doch. Habe ich ihn gekriegt? Was meint ihr? Habe ich ihn? Wo war denn das jetzt? Such. Ich muss den eigentlich getroffen haben. Hutspur. 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 Da ist eine Trinkspur am Wasser, wo gar eigentlich gar kein Wasser ist. Hutspur. Schaut mal. Ist ja wohl pschüss. Hier ist eine Wasserstelle, wo gar keine ist und da wurde getrunken. Und ich habe den Fuchs nicht getroffen. Das kann doch nicht sein. Er war echt, oder? Hatte? Voll beschüss. Ich habe ihn nicht getroffen. So eine Schande. Eine ganz frische Trinkspur, wo eigentlich keine sein kann. Wie wir heute geärgert werden. Ja, und den Fuchs habe ich nicht getroffen. Schande. Jetzt habe ich ihn schon beigeloggt. Ja. Ja. Das war Pisch. Es sind auch keine Hufspuren oder was da. Die waren tatsächlich überhaupt nicht da. Da hinten, was auch immer dort war, es waren jedenfalls keine Hirsche. Es sind keine Spuren da. Die waren nicht da. Es ist halb neun. Ich habe aber eben nicht auf die Uhr geguckt, wie wir das andere Rudel gesehen haben. Ist die Frage, ob die noch kommen oder nicht. Mit bestimmten Langschläfer Rudel. Und davon abgesehen, wir sehen ja auch von hier aus die Wasserständer. Wir haben die ganze Zeit ja immer wieder rund geguckt und da Hirsche gewesen wären. Wir hätten die gesehen. Probieren wir noch einen anderen Tag, ob das einfach nur Pech war. Und wieder laut nur noch einen strategic kupfer. Und dann gucken wir es nochmal wieder. Und dann gucken wir es da hinten auf. Und dann gucken wir es nochmal im Hintergrund. Ich habe auf jeden Fall wieder einen Fuchs. Können wir notfalls unser Glück noch mal probieren. So, wir hocken in unserem Hochsitz. Heute ist der Wind nicht so optimal. Halb sieben, keine Hirsche. Ich weiß jetzt nicht, ob Füchse wie Katzen sind. Katzen merken sich ja, wo Beute waren. Ich weiß nicht, ob Füchse genauso schlau sind. Die gehen dann oft gucken, gerade bei Mäuse oder Hasen, gibt es ja immer mehr wie ein Tier, das man an der entsprechenden Stelle holen kann. Also lohnt es sich meistens da noch mal hinzugehen. Katzen merken sich mit Mäusebau, wo sie Jagd gemacht haben. Erfolgreiche. Und gehen dann dort noch mal hin. Ob sie noch jemand aus der Family kriegen. Merken sich offensichtlich auch die Uhrzeit. Also entstand das Sonne. Wir würden halt Uhrzeit sagen. Wann die dort waren. Pünftschrei. Und das haben wir hier gestern auch gehabt. Über 200 Meter weg. Der war fast einen halben Kilometer weg, der See. Mal gucken, ob sie jetzt kommen. Der Hund hächelt. Wischen du überhaupt da unten? Siehst du was? Na ja noch den Fuchs gerufen. Darf ich auch nicht vergessen. Kommt der vielleicht? Muss ich denn nur das Gewehr wechseln? Ich glaube, ich kriege mal. Es wäre ein Glas nicht, dass ich aus Versehen schieße und alles verschrecke. Was nicht? Ist noch weiter weg. Ja, jetzt ist natürlich jetzt die Frage. Wer hätte zwei gehört? Kommen sie oder kommen sie nicht? Ich glaube, wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Wind hat sich komplett gedreht. Vielen Dank. Was meint ihr? Kommen sie heute? Kommen sie nicht? Es scheint ja ein Trinkplatz zu sein. Ich meine, er wird als solches angeschrieben. Sie kommen näher. Eben waren es noch 110 bis 200 noch was. Jetzt ist es schon 85 bis 130. Wir haben vielleicht Glück. Da bewegt sich was. Da ist er. Da ist er. Ich glaube, ich habe ihn nicht. Der Baum hat im Weg gestanden. Der Arm hat kurz gewackelt und dann... Ich glaube, ich habe den Baum getroffen. Ich glaube, ich habe den Baum geschossen. Mein Freund, der Baum, bla bla bla... Aber hier ist blau, also muss ich getroffen haben. Ich glaube, ich habe den Baum... Ich glaube, ich habe den Baum... Und warum kriege ich dann die Spur angezeigt? Ich glaube, ich habe den Baum... Ich glaube, ich habe den Baum geschossen. schwerer Hirsch mit fast 200 Kilo, aber wir haben nicht getroffen, okay. Wir haben nur den dussigen Baum geschossen. Da war ich vielleicht einen Tick zu ungeduldig. Ich hätte noch ein paar Schritte gehen lassen müssen. Ja, so eine Jagd ist echt ein Geduldsspiel. Okay, wir könnten Glück haben. Schnell nochmal hoch und leg dich ab und warten. Es ist auf jeden Fall noch einer in der Nähe. Da kommt wieder einer, seht ihr? Oder ist das vielleicht sogar derselbe? Ne, der ist sogar noch größer. Guck mal, siebener. Den darf ich aber jetzt nicht daneben schießen. Wie weit ist der weg? Boah, was ein geiles Vieh. Schaut ihn euch an, ist der nicht schön. Wie treffe ich den jetzt am dümmsten? Stell dich irgendwo hin, wo ich dich gescheit sehe. Guckt euch das an, wie soll ich den denn da schießen? Da sind seine Weiber. Ich bin wieder bei ihnen. Wie soll ich ihn da schießen? Ach, Menno. Das ist ein siebener Hirsch. Kriege ich den da durchgeschossen? Was meint ihr? Das zeigt uns nicht mal das Fernrohr an. Dann kriegen wir ihn doch wohl auch nicht geschossen. Könntest du bitte nach vorne kommen? Ein Stück nach vorne. Ja. Wer tut es? Wie kriege ich ihn jetzt so geschossen? Komm schon. Meine Nerven. Das könnten goldiger sein. Jawohl. 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 Ich habe ihn. Astreiner Schuss. Ich habe ihn. Geil. Komm runter. Ich habe ihn. Jetzt bin ich gespannt, was der taugt. Wer hat sich wieder gedreht? Schaut ihn euch an. So. Ein Goldhirsch. Jetzt haben wir einen wunderschönen Goldhirsch. Ich habe heute zweimal Gold geschossen. 2. Wunderschößen. 6. 7-mils. Intensiviert, falle. Rohe. Das ist dein König. Wunderschönen. Im Moment. Das ist dein Liebesch. Die hast du jetzt mal gewisse pourden. Das ist dein Pinut. Was haben wir geschossen? Ein Herzschuss. Ein Ast wie der andere Gold, den wir heute geschossen haben. Ein Ast reiner Herzschuss. Was will man mehr, oder? Ein Rothirsch. Heute Morgen haben wir einen Silbernen gehabt. Den überschreiben wir jetzt mit dem Gold. Zweimal Gold haben wir heute geschossen. Was will man mehr? Und er hat ein wunderschönes Geweih. Wenn wir den jetzt ausstopfen, haben wir wieder kein Geld. Scheiß drauf. Wow! Haben wir gut gemacht. Das war ein sauberer Schuss. 260 Punkte hat er uns gebracht. Hat sich das Warten gelohnt? Und wenn wir jetzt noch ein 8er Hirsch finden, dann steht die Chance sogar auf Diamant. Ein 7er Hirsch. Ich glaube, jetzt kommt keiner mehr, oder? Halb 8. Der hat uns jetzt fast 20 Patronen Geld eingebracht. Mit einem Schuss oder zweimal haben wir geschossen. Aber ich glaube, einmal habe ich nicht geschossen. Das war ein Schuss. Der andere hat nicht zweimal versucht und gar nicht getroffen. Ein wunderhübscher Hirsch. Da hat es sich gelohnt. Was meint ihr? Kommt noch was? Oder kann ich meinem Hunger nachgeben und den Erschbechten Hirsch auf den Grill schmeißen? Das war ein Schuss. Das war ein Schuss. Was meint ihr? Was meint ihr? Ich bin jetzt mal. Das klang nach einem B. Oh, ich bin happy, zweimal Gold getroffen heute. Der Tag hat so schlecht angefangen und dann noch so ein Abschluss, das finde ich toll. Hat doch echt nicht, hätten wir nicht gedacht, dass das noch so ein guter Tag wird. Ach, der war alleine da, ne, der hat die Weiber dabei gehabt. Vier oder fünf Stück waren das. Wo ist mein Hund unter mir? Und laut dem Hund ist auch wieder was in der Nähe. Die gibt wieder so komisches Geräusch von sich. Das ist die Frage, was? Uhrzeit, Pippen vor acht. Uhrzeit, Pippen vor acht. Hochkonzentriert am Gucken. Traut sich noch einer? Man sieht ja hier, der Rand wird schon dunkler, hier auch. Noch ein paar erfolgreiche Schüsse und dann dürfen wir wieder unser Lieblingsgebiet mit den Darmhirschen hier. Irgendjemand hat mal gesagt, ich glaube, man kann immer nur drei oder vier im Gebiet schießen. Im Hochsitz soll es mehr sein und dann verschwindet das Gebiet für eine Weile, weil der Jagddruck zu hoch ist. Ich habe allerdings nicht mitgezählt. Ich glaube, wir hatten in den Ecken mehr, aber wahrscheinlich, wenn wir zwischendurch noch an anderen Stellen geschossen haben. Wenn wir überlegen, ganz am Anfang hatten wir ja hier alles verfärbt. Da ist ja gar nichts mehr. Das war ja unser Startgebiet. Hier oben hatten wir auch mal ganz viele Placken. Die sind schon alle weg. Das ist nur noch das Gebiet, wo wir unsere Hirschjagden immer machen. Wenn die anderen Karten uns wieder frusten. Hirsche gehen immer. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Hallo, Sel. Mit Schafskäse und Rudeltomaten? Na lecker. Das klingt doch schon lecker. kriege ich eine Portion. Ich habe nur Brot heute. Nur abgesehen natürlich von den ganzen Hirschen die wir geschossen haben. Ich habe heute zwei Gold Trophäen geschossen. Nachdem Afrika so gefrustet hat, sind wir hier nach Hirschwäldern, warst du hier nicht da, habe ich heute zwei Gold Hirsche geschossen zur Entschädigung. Wir machen auch gleich Schluss. Ich habe mich Hunger wie Weltmeister. Ich glaube es kommt jetzt keiner mal. Hier haben wir heute zweimal verschrägt. Auf jeden Fall läuft hier noch ein großer, also ein 6er Hirsch rum. Den 7er haben wir jetzt geschossen. Und dann müssen wir gucken, was nachkommt. Das sind gute Tomaten. Geil. Was ist ja Glück, dass die Tomaten sich nicht gewehrt haben. Wenn die Tomaten steht dann. Hhè? Vielen Dank. Ich denke, es kommt heute nichts mehr. Das ist aber nicht schlimm, weil wir sind eh schon wieder über 5 Stunden hier. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt, mitgefiebert habt. Und wir kicken dann morgen, ist ja Mittwoch, dann so gegen 10 fangen wir wieder an. Eventuell mit, vielleicht auch ohne Zellen, je nachdem, wie das mit ihrem Arzttermin funktioniert und wie es hier dann danach ist. Ja, dann macht euch noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Die Paläosüchtigen sehe ich wahrscheinlich nachher nochmal. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.